hallo und herzlich willkommen wir spielen heute mal wieder eine runde und zwar haben wir noch eine rechnung mit hans dem rutscher offen der hat uns letztes mal dermaßen verprügelt dass jetzt gute schüler kommt hier und ich versuche mich jetzt mal mit schüler gegen die guten hans uns fehlt hier noch das final health token für mich und auch für hans das tun wir noch mal rein ich werde hier tatsächlich auf die regeln eingehen guckt bitte falls ihr das spiel noch nicht kennt meine ersten videos dazu ich werde jetzt hier direkt los spielen so wir sind hier camp happy trails wir haben hans alles quasi das standard spiel mehr standard geht gar nicht von daher ja lass mal gucken wie wir uns diesmal schlagen ich habe natürlich wieder einen zufälligen setup gewählt zufällig alles und mein setup dieses mal ist halt der hier skinny oder so ich kann das heute noch nicht mehr lesen wie heißt das ding ja doch skinny dipping okay der killer startet hier ich starte hier ja ich habe die minis immer noch nicht bemalt ich müsste es unbedingt tun aber ja ich hatte mit echt gar keine mal lust in den letzten wochen über aber irgendwann irgendwann okay unser event unser start event was haben wir denn hier schönes wir haben linky campers okay kein penalty alles klar ach so oh gott für jeden wenn sobald wir das zweite opfer retten verliehen wir einen lebenspunkt ach das ist ja ätzend aber gar nicht schön das heißt wir können immer safe ohne ein opfer retten die danach die kosten und lehnen punkte wir haben nur sechs davon ist aber nicht so schön das ist schon mal kein guter starten das würde ich mal sagen ja irgendwie fehlt hier noch ein wird auch markt auf wo ist der wenn wir ihn hier wir starten auf hier war das nun ok 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 gut denn das ist lustig also ich habe hier mal anfangen wir dürfen ganz regulär starten ich starte hier tatsächlich am dock das dock hat den alten revolver das ist jetzt nicht so die allerbeste waffe muss ich sagen der kann nämlich nur für diese eine für diesen einen angriff benutzt werden nichtsdestotrotz ich glaube ich würde tatsächlich hier hochlaufen und erst mal versuchen die hier zu retten oder vielleicht auch hier lang je nachdem wo hans hingeht das sind jetzt leider nicht so die besten startgegenstände die wir da oben haben wir haben das first aid mit den alten revolver und die taschenlampe naja gut gucken wir mal was wir machen erstmal würde ich mich tatsächlich glaube ich ein bisschen bewegen und vielleicht fokus spielen müssen wir mal gucken erstmal wir starten mal ganz entspannt hier mit einer bewegungskarte die zwei erfolge haben dürfen zwei bilder bewegen für eine zeit wenn wir einen erfolg bekommen dass man ein feld bewegen wenn wir keinen erfolg bekommen wenn wir leben verlieren dürfen uns trotzdem bewegen oder sonst verlieren wir einfach nur zeit weil wir irgendwie stolpern und ein bisschen ungeschickt sind wir gucken mal ich habe zwei wirfelsverfügung und dann lass uns mal hoffen dass wir einen erfolg erfüllen wir sogar zwei erfolge 26 was ein start wenn wir das spielen das weitergeht aber das befürchte ich würde mich so weitergehen wir gehen auf jeden fall dann hier rüber einmal in die frei update und eine zeit dafür verbraucht ich gehe direkt weiter jetzt gehen wir das noch mal weiß nicht oder holen wir uns lieber gleich sehr starken zug in der zweiten runde da könnten wir uns jetzt ja für und wir können noch eine karte abschmeißen für zeit wenn wir sechs dann könnten wir uns tatsächlich schon irgendwie improvised holen dann hätten wir ein zeit wo wir geteckt das sind unsere abschmeiß karten wir aber schon zwei vier fünf sechs sechs karten auf der hand oder die beiden einfach kaufen wenn wir sogar sieben kann ich glaube das machen wir sagen hier runter vorbei kaufen für fünf zeit ein man kaufen uns den sprint und die improvisation nur mal ob wir das hinbekommen ich hier geht in die ablage und dann ist auch schon der gegner dran wir setzen hier wieder auf sechs zurück so der gute hans was machen wir denn schönes hans wird einfach darum stehen okay das macht uns ganz ängstlich vielleicht hätte ich mir das traktion kaufen wollen und er geht zu uns oder zum nächsten opfer und zwar mit zwei schritte weil wir beide drauf sind wir natürlich favorabel 1 2 das heißt der punkt hier aber in unsere richtung erlaufen das war schon sein zug wir spielen jetzt natürlich zuerst improvisieren in der hoffnung dass wir hier die sternchen hinbekommen ich hoffe jetzt dass wir einen stern bekommen und vielleicht einmal zweimal karten abschmeißen kann oder am besten fall noch mal zwei sternchen uhr das ist ganz ungünstig das ist ganz 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 ein erfolg naja gut dann müssen wir jetzt weg attack und short rest abschmeißen dass wir ein stern zumindest haben und jetzt für den nächsten roll sind dreien und vier erfolge dann werden wir das für den sprint nutzen drei und vier sind erfolge so das kostete mich gerade ja keine zeit okay immerhin einer folgten dürfen wir uns mal wieder zwei bewegen wir nehmen hier die beiden mit was sie uns eine zeit das heißt wir laufen jetzt natürlich in diese richtung davon weil sonst und der google ans wollen wir glaube ich nicht so jetzt habe ich hier noch drei karten und und zeit focus focus noch mal bewegen ja wir können auf jeden fall noch mal bewegen spielen wir kriegen noch mal einen erfolg das heißt wir kriegen eine zeit runter und gehen hier runter so dann verlieren wir einen lebenspunkt weil wir beide werden aber wir brennen halt auch weiter jetzt mit uns gucken auf jeden fall hier hin damit er das programm meter ein wieder nach oben geht und was haben wir denn hier noch zur auswahl wir können habe ich das hier drauf ne der ansicht habe ich nachher wir können die improvisieren karte hier noch mal von sonst bekommen die long rest die brauchen wir noch nicht wir können jetzt sofort zwei zeit bekommen zwei heilung oder noch mal ein feld bewegen ich tendiere dazu zwei zeit zu nehmen ich glaube das ist gut und man da ich hier nämlich zwei nach oben und bin dann bei der sechs die beiden karten behalten auf der hand die ihn erst mal hier in die im spielbereich wir hören die runde auf und können für sechs einkaufen wir müssen unbedingt dieses horrometer wieder runter kriegen das heißt den kaufe ich für drei jetzt werden wir da oben ne kevins in der kevins liegt das erste hilfe da können wir vielleicht ein abstecher machen oder die zeit haben wir wir haben jetzt gerade relativ weit weg gelockt nehmen wir uns mal search und noch mal den neue roller hier und dann kriegen wir zurück oder brauchen wir search eigentlich noch nicht dann kann ich lieber erstmal noch mal sprinden weil da komme ich ähnlich an wenn ich nächste runde wenn ich mir dann search auf machen wir so das machen wir so das sind dann die sechs hier die ganzen null gehen hierhin politik hierhin improvisieren geht hierhin so hansybunzy macht if there are no victims on the board das passiert nicht all victims in your space must panic twice also auch niemand passiert schon mal erstmal bei den texten gar nichts jetzt würde uns stechen passiert aber auch nicht weil naja da ist immer zum stechen und er bewegt sich quasi einfach nur ein weiter auf uns zu ok sind wir dran wir sollten weiter laufen was wir fangen erst mal mit einem ganz entspannten gehen an oder naja ich versuche es mal mit ich werde zwar eh nicht in den bereich kommen aber ist eigentlich egal wir spielen erst mal so zwei erfolge bitte das wäre fantastisch zwei erfolge einer da machen wir auch den zweiten raus da schmeiße ich gerne zwei karten für ab ob er welcher weiß ich dafür zwei karten ob das passt schon dann gehe ich hier auf dem horror meter zwei nach unten und gewinne noch zwei zeit dazu das war mal ganz geil das kommt hier hin so dann würden wir glaube ich ein bisschen bewegen wollen erst mal walken und dann falls sprint daneben geht dann beendet halt die runde und das ist nicht so schlimm dann gehen wir erst mal wir spielen walk naja hätte ich mal sprint gespielt wird geht einen runter wir können uns zwei felder bewegen sind also jetzt hier oben spiele ich jetzt noch sprint ja ne doppel fort wird schon nicht noch mal werden ich spiele tatsächlich auch noch mal sprint wohl für sieben wenn ich jetzt sieben habe das 7 kaufen könnte ich kriege was zurück einmal bewegen ich müsste auf jeden fall search kaufen hätte ich noch fünf machen wir das traction hätte ich noch zwei und dann noch mal sprühen vielleicht ist es vielleicht werde ich an dieser stelle einfach an und sprinte ich nicht da brauche ich jetzt glaube ich noch nicht oder einfach noch mal close call ich würde aber schon ganz gerne mit ihm eigentlich in die hütte gehen und dann könnte ich da schon mal suchen das ist schwierige entscheidung finde ich eigentlich gar nicht so schwierig aber also ich finde beides ist okay beides ist valide für sieben zwei nochmal sprühen dann kann ich halt echt weit laufen ja komm ich bleibe stehen ich beende meine runde wo wenn ich jetzt die ganzen geilen karten habe ich hätte dann tatsächlich lieber gerne improvisation noch dabei das erhöht einfach die chancen aber ich kann doch jetzt nicht eine von den beiden abschmeißen und search muss ich mitnehmen egal ich dass wir das so wir haben sieben zur verfügung 7 macht 5 macht 2 macht 0 und die kaufe und dann gucken wir mal haben sie waren sie was machst du schönes victimes und board ist hart und drogen also das passt er möchte auf jeden fall zum nächsten opfer gehen und das ganze macht der zweimal er geht hin und sticht das muss tatsächlich zählen ich denke das ist das nächste noch ein zwei drei vier fünf zu 123 ist ja eindeutig der hier über sticht geht hier über sticht macht also gar nichts bisher ganz gut für uns aus würde ich sagen sieht bisher ganz gut aus wir müssen uns aber auch langsam eine waffe organisieren aber dann müssen wir jetzt wieder weg laufen erst recht nahe gekommen doch guckt schon so zu unserer hand okay wir spielen was wollen wir spielen distraction wir haben jetzt leider kein improvised und da können wir es ja vielleicht einfach so hoffen da auf drei würfel zu kommen wir versuchen es mittels das bäckchen wir machen jetzt einfach noch mal zwei sterne machen wir jetzt einfach so ach das wären zwei sterne aber ziemlich teure sterne ihr karten muss ich abschmeißen das ist mir zu viel dann werfe ich vielleicht nur zwei ab das geht zumindest ein nach oben wie geteck short rest in beide weg dann bekommen wir eine zeit dafür der marke geht hier ein rüber es ist ja das wäre gut gewesen na egal okay dann machen wir einmal walk dann gehen wir richtung kevins online oder wir gehen nicht richtung kevins das möchte ich trotzdem machen ich werde ich werde diesen effekt hier spielen ich werde mich trotzdem ein bewegen ich gebe ein leben ab und verliere zwei zeit aber darf mich dann trotzdem bewegen wenn es ein fehlschlag war das heißt wir gehen jetzt hier runter in die hütte und dann werden wir die hütte erstmal durchsuchen mit search ach nein das kann ja wohl nicht wahr sein ich spiele close call ich würfel diesen würfel nochmal neu okay und dann darf ich jetzt zumindest ich bin im cabine ich bin im cabine ich bin im cabine first aid okay immer wenn wir irgendwas für leben regenerieren bekommen wir ein leben extra dazu so okay und dann sollten wir weg laufen wir versuchen noch einmal zu laufen mit sprint und ein hin und wenn unsere runde also fehlt schlag bei sprint bedeutet entweder dürfen wir uns ein feld bewegen verlieren dann zeit wenn den zug oder wir verlieren einfach nur ein leben und wenden zwei dürfen dann aber noch weiterspielen wir können ähnlich weiterspielen von daher machen wir auf jeden fall das hier wir verlieren jetzt ein lebenspunkt und verlieren zwei zeit dann sind wir nur bei drei und müssen unsere zug jetzt an dieser stelle rennen und können für drei einkaufen das heißt ich kriege meine nuller und für drei kaufe ich mir nochmals search nee warte halt ich glaube ich bewege mich ein feld weiter das heißt wir gehen hier hoch das wird gleich richtig ätzend hier mit dem ich nehme glaube ich immer nur einen mit und gehe hin und her irgendwie pro runde eigentlich oder pro move aktion save during the action phase also tatsächlich pro runde okay aber dann werde ich mir wahrscheinlich gleich die long rest holen mit dem ersten opfer was ich mir da rette okay also bereit zum kaufen das ist ja tatsächlich ich glaube ich kaufe mir noch mal distraction in der hoffen dass ich weil die chance ist einfach hoch dass hans jetzt den meter noch mal erhöht ich habe zweimal bewegung auf der hand suchen ich werde natürlich dann zum utility shed weiter laufen aber ich denke ich werde erstmal versuchen hier in der hoffen dass hans nicht zu nah kommt von daher machen wir distraction hoffen wir und dann hoffen wir aufs beste wir gehen zurück alles zurück er setzt uns zurück auf 6 und hans wird einfach nur wieder darum stehen 1 2 und er kommt tatsächlich zwei schritte auf uns zu das heißt er ist bei uns aber er macht zum glück nichts aber das ist mir ein bisschen zu nah ich sage euch wie es ist es ist mir ein stück zu nah ich halte bitte ein bisschen mehr abstand okay wir laufen also mit wahrscheinlich erstmal davon aber selbst wenn das jetzt ein super erfolg wird ich trotzdem nicht die drei würfel eigentlich schaffst du dann tatsächlich noch mal mit fokus auf einen erfolg zu bekommen mal gucken was das track gibt hans guck mal da vorne da ist ein teddy bär er fällt nicht drauf rein er mag offenbar keine teddy bär das ist nicht so schön ich kann doch keine karten ich könnte natürlich beide fokus Sachen wegschmeißen oder ich lebe mit einem misserfolg es wäre auch eine option hier einfach entweder trotzdem hier ein ruhe zu setzen was allerdings vier zeit kostet vier zeit dann kann ich habe ich de facto keine kaufphase eieieieieiei hätte gerne eine kaufphase aber zwei karten abschmeißen ist schon nicht so wenig wenn gleich das ist egal ich schmeiße zwei karten ab dann bekommen wir eine zeit dazu der marker geht hier ein rüber jetzt müssen wir einfach hoffen dass das mit dem mit dem gehen hier funktioniert wir werden uns einmal bewegen das hat funktioniert ein erfolg ich darf also ein feld gehen ich glaube ich nehme tatsächlich einfach in kauf dass ich jetzt nochmal wieder ein leben verliere und der wird dann einfach wahrscheinlich sterben der eine da das ist etwas damit ich glaube ich for the greater good ich muss jetzt quasi also ich bin natürlich das greater in diesem fall ich laufe jetzt quasi einfach bei meinen beiden dudes hier weg dann sind die beiden gerettet ich verliere leider wieder einen lebenspunkt aber ich nehme mir die lange pause und ich nehme mir mal improvisieren vielleicht auch noch mein Dings ist gerade gar nicht so schlecht ich muss noch mal einen runter gehen auf 6 wenn ich jetzt noch die improvisieren karte mir tatsächlich nehme oh ja das ist vielleicht gar nicht so schlecht vielleicht ist das gar nicht so schlecht was ich hier gerade mache ähm dann soll der arme abbrechen da sagen wir wie es ist und ich könnte mir den sprint noch für nächste nächste runde vielleicht aufbewahren äh aber ne das ist ein bisschen zu riskant glaube ich er kommt also er den hier sofort weg indem er dran ist und wenn er dann halt gehen und stechen bekommt dann wird es klappt für mich ich muss glaube ich schon noch weg sprinten ich muss schon noch weg sprinten denke ich und da oder ich spiele jetzt einfach die lange pause hab sie ja jetzt aber das würde ich gerne nächste runde mit improvisieren machen und dann vielleicht noch irgendwie einer coolen karte die ich mir gleich noch kaufe hm utility chat was liegt denn da die taschenlampe auch nicht so das wahre aber wenn ich da jetzt rein sprinte sollte die wahrscheinlich noch mal mitnehmen die beiden da was mache ich ich spiel sprint gucken mal ah nein die schmeiße ich auf keinen fall weg ich habe gewusst sprint und ich sind keine freunde na gut wir verlieren einen lebenspunkt wir verlieren zwei zeit und mein zug ist vorbei wir dürfen uns aber immer in einfluss bewegen das heißt wir gehen natürlich weg von ihm so und haben wir jetzt noch vier kauft das heißt ich kaufe mir erstmal meine nuller hier und für vier und für vier könnte ich mir sogar furious strike kaufen will ich aber nicht ich will search und will ich mir schon mal guard holen hehehehe falls er zwei schritte macht hm so ein guard auf der hand ist nicht verkehrt ne 1,2,3,4,5,6 oder einfach zweimal close wir kaufen uns zweimal close so ok dann ist hans wieder dran den zurück auf 6 die gehen hier alle in die ablage sprint 0 und distraction ich habe jetzt keine distraction ich habe es einfach nicht hin den auf drei würfel zu bekommen das ist ja äußerst schade der hier stirbt das heißt der geht hier ein nach oben und wir ziehen eine karte wo hoffentlich keine zwei schritte drauf sind na zum glück nicht ähm die gleiche karte wie vorhin nochmal war oder ziemlich so ziemlich ganz ähnlich ähm er geht einfach nur ein zu den nächsten das sind tatsächlich in diesem fall auch wir passiert einfach nichts außer dass er einen schritt geht das war schon ok so wir müssen jetzt erstmal gleich ein bisschen pause machen weil wir haben nur noch einen lebenspunkt bedeutet also ich spiele als aller erstes mal improvisieren und ich hoffe jetzt dass ich zwei erfolge würde ich kann ja ein paar mal neu würfeln ich versuche es mal würfel den einfach auch nochmal neu ok wenn ich zwei karten abschmeiße das mache ich doch gerne ich schmeiße die andere close call karte ab und die short rest ja ja wenn ich einmal gleich die long rest mache krieg ich fünf lebenspunkte dann bin ich voll ja ok da brauche ich die nicht so dann ab jetzt sind alle dreien und vier erfolge so dann werde ich doch erstmal mich erholen ich gehe mal schlafen das würde mich auf dem fall einer zeit nach vielleicht noch zwei zeit mal gucken zwei zeit weil es nur ein erfolg ist aber ich generiere mich um drei leben hier um vier leben das heißt eins zwei drei vier sehr schön dann spiele ich walk würde gerne in die hütte gehen vielleicht kriege ich ja zwei ich muss die mitnehmen die beiden liebkowskis hier boah das ist ja echt ätzend so wieder einen nur halt um einen runter ich weiß nicht ob ich die gerettet bekomme die sind da so in der sackgasse drin ah hans ist da echt nah dran oder ich versuche jetzt erstmal ne ich glaube das kann ich nicht machen ich glaube ich gehe hier tatsächlich rüber vielleicht kann ich die später nochmal irgendwie irgendwie safen habe ich hier noch search und weak attack das bringt mir gerade beides nix weil ich da nicht angekommen bin von daher war das wahrscheinlich nicht so gut gespielt naja egal ich habe jetzt noch drei kaufkraft ich hole mir die nuller hier zurück einmal search habe einen walk und und ich versuche das glaube ich noch weiter mit der distraction aber das ist einfach der falsche move gegen ihn vielleicht brauche ich auch ein guard er könnte echt nahe kommen ich habe noch nichts gefallen nach distraction 4 3 ok dann eine positive karte was draw the top card of any item deck was ok nice ist ja cool dann nehme ich doch mal von den cabins und hoffen dass da eine waffe ist ja das versuche ich mal cabins lucky rabbit foot das ist das ja noch nie das ding discard during the action phase to make a horror role for each star choose the following ok hm das ist gar nicht so schlecht hm eine waffe wäre mir lieber gewesen aber ist auch erstmal ok das ist sogar eine die kommt in den rucksack ok ok schuld er macht vor allem gar nichts diese runde hat das ist ja er hätte doch zu den opfern gehen können ah nee egal wie ich es mache ich mache es falsch aber egal das kannst du vorher nicht wissen also versuchen wir es noch mal mit der des spektes als erste karte warte mal wir haben die nicht weggeräumt ne warte die muss noch weg hier die auch die geht hier hin die beiden gehen hier hin ok der geht hier hin so wir spielen des spektes schau ah ja 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 ähm schmeiße ich zwei ab ich schmeiße auf jeden fall zwei ab ich schmeiße die beiden fokus ab ne ich schmeiße einen fokus ab und eine week attack schmeiße ich ab vielleicht lieber so rum so dann bekomme ich zwei zeit und ich wandere endlich hier in diesen grünen bereich dafür den dritten würfel das ist ja ein träumchen dann lass mich mal walk this way walk this way so utility chat wir werden da ja wohl reinkommen ein erfolg das reicht uns zeit geht einen runter wir gehen da hoch jetzt wenn wir die hütte mal durchsuchen wir hoffen dass wir jetzt zwei erfolge bekommen also beim walk mussten wir jetzt ne alles gut ähm wir haben jetzt zwei bekommen hier muss wir einen abgeben habe ich also gemacht ok jetzt müssen wir noch suchen zwei erfolge wäre ganz fantastisch das ist ganz ganz ungünstig ich sag dir wie es ist ich kann jetzt diese beiden hier abschmeißen für einen erfolg das sollte ich dann wahrscheinlich auch sonst wäre echt ziemlich viel verloren hier das wäre ungünstig dann schmeiße ich diese beiden karten ab für einen erfolg und wir dürfen einfach die oberste karte nehmen für eine zeit das ist hier das flashlight ähm das ist einfach eine echte karte naja so kann ich auch nicht aber man darf eine zeit benutzen um die oberste terror karte anzugucken das könnten wir jetzt tatsächlich sogar noch machen ähm was will ich denn jetzt kaufen was will ich denn jetzt kaufen also ich verstehe hier natürlich auch ins backpack rein die sind irgendwie geknippt ähm ich könnte auch das ding hier einfach besparen ne wenn ich gerade drei dinge ich könnte damit zeit gewinnen ich könnte damit leben gewinnen und finde ich ganz geil ja ich benutze das hier wenn ich jetzt noch mal drei würfel habe ich äh spiele das hier noch aus ein erfolg das heißt ich kann mir damit jetzt hat man ein leben sichern oder zwei erfolge oder unser horror meter hier noch mal weiter was will ich denn kaufen für sechs ich kriege gleich nur eine karte das heißt ich würde gerne search kaufen für zwei ähm ja ich glaube ich nehme die zwei zeit also wenn ich für zwei dann bin ich auf jeden fall bei vier also erstmal muss ich gleich noch entscheiden ne ich muss das aber ich mache das jetzt parallel ähm wenn ich jetzt zwei ausgeben würde wäre ich wieder bei sechs könnte mir noch Distraction holen dann hätte ich noch drei so habe ich noch vier könnte mir nur Distraction und Close Call holen aber bewegen will ich will ja eigentlich nur durchsuchen ne will ja eigentlich nur durchsuchen nächste Runde das reicht wahrscheinlich und wenn er halt kommt ja dann habe ich halt recht tatsächlich ähm das machen wir einfach folgendermaßen oder ich ich nehme keine Zeit ich nehme tatsächlich das hier so dass ich hier weiter gehe das heißt ich brauche mir dann Distraction habe ich noch einen und die eine Zeit nutze ich um hier meine Flashlight Action zu machen dann kann ich jetzt da sehen was passiert er geht tatsächlich zu den Opfern das heißt ich bin da ganz entspannt er geht da hin und killt die einfach alle weg ja dann werde ich halt wahrscheinlich das hier nicht hinkriegen das ist ein bisschen ärgerlich ähm weil die hat einen coolen Rückseiteneffekt wenn ich eine Karte abschmeiße ich kriege ich dafür dann zwei Zeit aber die lassen wir dann weiß ich dass ich jetzt safe bin hier mit Zeit und alles nehme ich mir jetzt Short Rest okay ähm ich habe die Runde gespielt oder abgeschmissen ne hier gehen all die in die Ablage äh die auch und dann gehen die beiden noch hin wir wissen schon was der Killer tut der wird zwei bewegen das heißt 1,2 und doppelt stechen das heißt wir haben hier zwei tote äh opfer bedeutet bing bing und wenn mindestens ah ne for each victim killed oh Gott ding ding ouch papa ouch das ist ein bisschen eskaliert hier das heißt wir gehen hier nochmal wieder zwei nach oben vielleicht gerade einfach mal vier das hätte ich vielleicht auch nicht machen sollen ahhhh vielleicht hätte ich hier doch nach oben legen sollen oder vier Dinger nach oben ist vielleicht echt ein bisschen viel oder ich dachte das ist nur einmal nach oben vor each victim steht da ja ne warte mal 1,2,4 ich stelle euch da noch mal wieder hin das mache ich das mache ich doch nochmal anders die schiebe ich doch nach unten tatsächlich ich glaube das ist zu übel ok mal gucken was dann kommt hoffentlich was nicht ganz so schlimm ist ok he just keeps farming das geht also einen nach oben und dann kommt er rein in unsere richtung und dann schnetzelt er einmal ja das ist doch weniger schlimm und wir wissen jetzt auf jeden Fall was die letzte Karte sein wird und die ist dann noch 3 Züge entfernt ok ja ich glaube ich glaube die Taschenlampe hat sich belohnt aber das war auch richtig gut he 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 das wäre ja echt ein bisschen sehr schnell eskaliert ähm ok dann sind wir jetzt dran ich möchte gerne Distraction als erstes spielen wir gucken mal also wir gehen natürlich wieder auf die 6 wir bekommen ein Erfolg leider nur schade ich hätte super gerne 2 gehabt das ist so und einen nach oben dann suchen wir jetzt hoffentlich mal 2 auch immerhin ein wir dürfen echt nicht so gierig sein was das dann geht dass die Zeit geht wieder nach unten und ja wir nehmen das oberste Utility Shed auch gucken was wir bekommen oh ist die weit weg wir bekommen oh unsere unsere Waffe von Sheila selbst Sheila's Knife ähm Reichweite 0 ein extra Schaden einhändig und wenn wir angreifen bekommen wir einen Würfel dazu sexy Sheila das ist doch schön dass wir die jetzt hier gefunden haben geil das finde ich gut Short Rest behalten wir auf der Hand denke ich ähm dann haben wir jetzt 6 zum kauf bedeutet also wir sollten jetzt auf jeden Fall den Furious Strike uns kaufen für 4 dann sind wir noch bei 2 wir kaufen uns die ganzen 0er zurück so und vielleicht Guard oder Sprint nochmal Search ne Search bin ich glaube ich ich habe jetzt endlich eine Waffe das reicht mir eigentlich für das 8 geht ist eigentlich gar nicht so schlecht jetzt wenn ich gleich runterfalle kann ich äh nochmal ein bisschen heilen für 2 für 2 für 2 oder alternativ für 3 wenn ich ähm was habe ich jetzt gerade gehabt äh Short Rest oder Weak Attack äh ich werde es eh nicht abkmeißen ähm wahrscheinlich Sprint ne wahrscheinlich Guard ist ja noch sicherheitsspielen okay ähm oder nochmal gucken wir wollen wir wollen wir setzen 6 ähm wir tun Search und Destruction zurück und was passiert let's go see if the remorse are true aber wir kriegen auf jeden Fall ein bisschen Angst und zwei neue victims kommen in the same space where the killer started the game das war hier ganz in der Nähe war das nicht äh Setup Killer war genau hier ja das hier gestartet oh das könnte gut sein ja und wir kriegen ein neues Event mal schauen was wir kriegen wir haben girlfriend she's so cute honey and the biggest baddest I've ever known wir haben eine weiße Miepel the victim closest to you is now your girlfriend dass sie hier direkt mal mit einer weiteren Freundin gekommen oh das deutsche Kamera also hier habe ich jetzt äh einmal schnell getauscht so da ist jetzt ein weiße und eine äh eine gelbe so she will follow you into the killer's space okay while she's in your space roll plus one die for each horror roll okay if the girlfriend dies while in your space did 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 ziemlich viele did 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 sie sollte nicht sterben sagen wir es mal so okay hey hey you you i want to be a girlfriend oh god geoutet ne so das ist dann auch ganz ungünstig viel unterste karte hier ne aber da dürfen wir ja entscheiden geht halt in die richtung kann ich meine girlfriend eigentlich saven könnte ich will ich das weiß nicht muss ein würfeln ist ganz geil ich glaube wir greifen ihn jetzt mal an ich glaube es ist der moment gekommen wo wir jetzt mal das heißt wir werden uns mal we wir spielen also wo 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 wie kannst du denn in der hütte stolpern dann vielleicht nicht ordentlich driebel die kabel gelegt ach leute schüler 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 aber wir würden uns trotzdem ein dann nehmen wir oder herr wir haben eine bewegung zwei zeit weg ein leben weg voll schüler voll gemacht so jetzt da kann ich mich ja nicht mehr von dem weg bewegen vielleicht hätte ich mir gerade einmal sprint kaufen sollen jetzt wo ich darüber nachdenke und das hier so sehe ich das irgendwie nicht so klug gemacht vielleicht warte ich bis er zu mir kommt und spiel dann den furious strike dass die beiden karten werde ich nicht benutzen werde mich vielleicht ein bisschen fokussieren hier drei lebenspunkte noch zwei bekommen das short rest ja wir fokussieren uns ein bisschen spiel fokus ein erfolg das reicht mir bei karten aufschmeißen möchte ich nicht das heißt es geht hier einen runter und hier ein hof ich noch drei zeit will ich noch mal fokus ich bin noch mal den anderen fokus oder ich bin lieber erst mal die sportwurst ja gute idee sehr gute idee mensch es war smart das heißt ich meine sport und fokus ab um eine zeit zu verlieren und ein lebens bekommen aber durch mein first aid mit zwei leben so da beende ich meine runde an dieser stelle habe noch zwei zum einkaufen und kaufe mir beide closed balls so die gehen alle in die ablage alles nuller oh god ich hoffe ich mache das nicht falsch wieso habe ich gerade mit zwei gewürfelt ich habe noch drei ich habe noch zwei würfeln gewürfen glaube ich der ist einfach hier hingerollt ich bin mir doch nicht sicher und wenn dann warst du dann ist es dann habe ich gerade gepennt ok ich bände mein zug und lass ihn jetzt mal zu mir kommen wir haben es doch im bereich die und frisch blablabik dem und bord des alt von no victims er hat war also er geht zu den zwei schritte einmal zu jetzt ist beides gleich weit entfernt dann würde ich doch sagen dass sie ihn lieber zu mir kommen das gefällt auch der zweite schritt so und jetzt macht er ja nur ein hit das heißt in dem natürlich nicht die girlfriend raus sondern sie hier oder ihn hier wer weiß und das bringt ihn hier nach oben das bringt ihn hier nach oben aber meine freundin lebt ok jetzt ist unsere zeit zurückgeschlagen und zwar fangen wir an mit wir haben nur furious doch wir haben wie attack und furious strike das heißt wir dürfen so oder so bei einem erfolg hört der auch sofort auf das heißt wir fangen mit wie geht an das heißt dann dürfen wir einfach nur wir müssen eine folge bekommen dass der außer wir haben ja schielers mei das heißt wir dürfen noch ein würfel mehr würfeln kann ja eigentlich nicht schief gehen oder also sagt hier würfeln müssen wir echt zwei erfolge würfeln er ist sauber das heißt wir machen 12 schaden auf 1 und wir verlieren eine lebenspunkt dann spielen wir als nächstes furious strike dann spielen wir als nächstes furious strike kannst du noch mal so und noch mal zwei erfolge nice drei schaden 1 2 3 und er hat so einen auf die glocke bekommt dass er sogar ich hätte das horrore level noch runter senkt boom jetzt kann ich leider nicht mehr machen gar nicht vernünftig spielen kann ach so ein ärgernis ok ähm das heißt ich kaufe mir jetzt auf jeden fall erstmal meine nulle zurück 1 2 3 4 5 plus 3 macht 8 ähm dann kaufe ich retaliate für 4 und habe ich noch zwei noch gar ja wir sind jetzt schon im battle der battles so und dann kommen die beiden hier zurück die nuller und die vierer jetzt ist natürlich die frage was passiert denn jetzt jetzt haut er zu ah das war vielleicht gar nicht so gut weil er priorisiert ja immer zuerst die opfer es sei denn das final girl geht explizit drauf bedeutet das dann wohl mit beiden jetzt explizit drauf steht ich versuche das mal ich muss in regel zu lesen ich möchte da habe ich jetzt tatsächlich einen dummen fehler gemacht also gar keinen regelfehler sondern stratalfehler shit ähm er haut ja jetzt zu ich äh also stets unless also er geht immer zuerst aufs opfer ähm außer es wird explizit das final girl angegriffen das wird es ja hier nicht und daher stirbt jetzt meine freundin das ist echt ziemlich unklug gewesen weil das sind jetzt 1 2 3 4 5 horrorlevel 1 2 3 4 5 hey fuck das sind wir eben 2 hier nach oben und wir kriegen hier eine dark power bloodfrancy epic dark power for every victim that huns kills plus one bloodlust das heißt ja okay das ist jetzt tatsächlich gar nicht so schlimm ähm da ist er ja eh schon relativ weit oben ui okay ja wie blöder ist das jetzt nur zwei Würfel ab aber egal so das war ja nur der jetzt macht er ja noch das hier ach da geht er jetzt ja tatsächlich aktiv von mir sogar weg ok ok das heißt er geläuft jetzt zwei von mir weg geht hier hin und kühlt die beiden auch noch weg 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 Seine finale Form kriegt er dann. Hey, okay, wir sollen jetzt also hinterherlaufen, denke ich mal. Ich habe jetzt echt erwartet, dass ich irgendwie, jetzt habe ich mir zwei Garts gekauft, dass ich jetzt eine Flutze bekomme. Oder ich bereite mich tatsächlich darauf vor, dass er jetzt nächste Runde zu mir kommt. Das ist vielleicht schlauer, ne? Wo ich da jetzt hinterherrinne. Every retaliate. Ja, ich bereite mich jetzt einfach ein bisschen vor. Close Call behalte ich dann. Ich habe jetzt zwar zwei Walks, aber vielleicht zwei Erfolge würfelt. Ich müsste irgendwie jetzt mal Fokus machen. Ich müsste gerne wieder in diese drei Bereiche hier kommen. Das heißt, ich versuche das mal mit Fokus. Vielleicht habe ich ein bisschen Glück. Zwei mal zwei Erfolge würfelt. Na, rechte theoretische auch nicht zwei mal ein Erfolg, ne? Na, wir verlieben das. Das ist schon mal kein Erfolg. Da müsste ich zwei Karten für abschmeißen. Oder ich lasse es jetzt einfach gut sein. Und wenn ich mich jetzt nicht bewege, bewegt mich nicht mehr. Wir machen jetzt einen Epic Showdown hier. Was soll der Geiz? Ja, ich schmeiße die beiden Walks ab. Ich werde mich hier nicht mehr bewegen. Das ist das Feld, auf dem alles senden wird. Sheila gegen Hans. So, zwei Zeit runter. Horror Level 1 nach da. Nochmal Fokus. Dieses Mal bitte eine 5 oder eine 6 dabei. Bitte, 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 bitte. So, wieder nicht. Das Ergebnis kenne ich ja schon. Das ist ja irgendwie doof gelaufen jetzt. Short Rest und Close Callback. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt echt so gut war hier. Das war es, glaube ich, echt nicht wert. Die hätte ich lieber in der nächsten Runde alle behalten sollen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Gut, jetzt habe ich noch drei Kaufkraft. Für drei Kaufkraft kriege ich ja jetzt erstmal nicht so viel. Von daher schmeiße ich diesen Close Call up für eine Zeit und kaufe mir den Furious Strike. Ach, guck mal, ne, bitte. Und dann kriege ich die Weak Attack noch wieder. Die beiden gehen hier hin. Ich habe das Gefühl, dass ich diese Runde richtig schlecht gespielt habe. Dass ich eine Runde voller falsche Entscheidungen traf. Und guck mal. So, Hans, was hast du hier Schönes für uns? Du, Chris, bla, bla. Right. Naja, er ist einfach ziemlich schnell und ziemlich doll bei uns. Sagen wir es mal so. Das schmerzt dann ein bisschen. Okay. Dann geht er wohl. Zu den beiden erstmal, ne. Dann schnackt er sich die beiden weg. Geht hier rüber. Fällt die beiden. Das ist uncool. Heilt dadurch irgendwie nochmal wieder zwei hoch. Und sogar nochmal zwei, ne, weil Blatt war, es geht ja nochmal zwei nach oben. Das ist, äh... Auf einmal fühle ich mich nicht mehr so sicher, was man Epic Showdown angeht. Er ist irgendwie wieder voll. Ach nee, warte mal, jetzt habe ich wieder auf diese Karte. Nee, schatz, wieso gucke ich da jetzt auf diese Karte? Macht er doch gar nicht. Nee, 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 nee. Halt, stopp. Mach doch das. Das heißt, er geht da trotzdem rüber, killt die beiden, aber er kriegt keine extra. Okay, ja, schon gut. Okay. Immerhin nur das. Hans ist ganz schön gefährlich. Ich sag euch das. Hans ist... Hans ist schmerzhaft. So, ich warte jetzt trotzdem da einfach nur auf ihn. Der geht gleich zwei Schritte. Eins, zwei. Das heißt, ich habe jetzt zwei Runden, um mich vorzubereiten. Nächste Runde macht noch nichts. Das steht ja dann da. Das heißt, ich mache jetzt tatsächlich nur... Ich mache tatsächlich gar nichts. ich warte einfach nur ab ich wende mein zug dann für 6 einkaufen ich habe hier fünf karten auf der hand hier fünf karten die ich allerdings tatsächlich nicht komplett nehmen kann ich kann nur zehn karten auf der hand haben da ist ich mir mit die jetzt habe ich für 6 einkaufen 268 durch zwei karten kaufen wenn wir aber die kritik hier jetzt noch holen aber ich glaube ich sollte mir das improvisieren auf jeden fall kaufen und dann los dann hätte ich ja noch zwei übrig das ist jetzt noch übrig was will ich denn ich glaube close call ist besser als ein fokus und daher machen wir das mal so okay ich bin ich ganz gut vorbereitet erst wieder dran er macht aber nur hier laufen laufen und es ist doch so weil er das ja noch hat ich bekomme ein weiteres blatt war das ist doch voll was der gleiche effekt ok eine bewegungsparte liegen lassen habe ich wieder 6 zum kaufen 12345678 9 10 und darf man kann abschmeißen darf man gerade schmeißen weiß ich gerade gar nicht in der situation war ich tatsächlich noch nie aber ja da habe ich einfach eine nuller karte gerade gespielt ja klar logisch dann habe ich gerade einfach keine ahnung man muss ich auch würfeln wenn ich mein zug als nicht einfach so dann spiele ich fokus dann spiele ich einmal den fokus hier habe zwei erfolge sogar ganz gut für mich und kann jetzt 123456789 jetzt einmal den kritiker blow hier kaufen hätte dann noch zwei übrig aber da mache ich nichts mit würde jetzt einfach voll aufs ganze gehen und versuchen in einer runde so gucken wir mal bis hin hans kommt endlich zu uns hans gibt uns zwei schellen für jeweils fünf schaden die erste schelle die versuchen wir mal mit retaliate abzuwehren wenn wir zwei erfolge haben ignorieren wird den kompletten schaden und eben zwei zurück mit dem messer dann sogar drei zurück das sind keine erfolge werden wir zu einem erfolg buch gehen vielleicht ich bin einfach los an der klaus von darf ich nicht spielen ich darf keine karten das wird sich meine aktionskarte ist darf ich keine aktionskarten ausspielen wenn ich jetzt den den reichte eigentlich auch ein guard für den nächsten angriff den und dann hat kein week attack ist das bitter oder ignoriere ich den schaden weil das wären zwei karten nochmal mehr das ist mir zu viel zum abschmeißen ich sag's wie es ist das ist mir ein bisschen zu viel ich weiß nur zwei karten ab und reduziere den schaden um zwei das heißt drei schaden kommen durch wir machen 1 2 schaden zurück leider nur jetzt kommt noch sein zweiter angriff da müssen wir ihn doch komplett blocken wenn man jetzt noch mal drei macht und so wird mich tot dann machen wir wenigstens noch schaden direkt mehr ja warte mal das ist irgendwo wenn wir jetzt einfach zwei vielleicht würfeln wir auch einfach zwei treffer ne kommt hier ist keine ahnung ob das ja wir machen das jetzt so sagt wir haben einfach zwei treffer ok ach so ich habe natürlich mit grad war denke ich noch klar dass ich das spiele aber für die bis protokoll wir haben gerade ausgespielt ok so wie soll ich denn jetzt so viel schaden machen also jetzt sind wir dran hau du dieses wir könnten wir können uns aktuell nicht ich werde auf jeden fall erstmal die improvisation spielen hier in der hoffnung dass wir jetzt gleich zwei sterne bekommen jawohl alle dreien und vier sind jetzt ebenfalls so dann hmm quick attack sehr gut zwei schaden auf ihn dann furious strike nur ein treffer nur ein treffer wer würde bedeuten ich muss mein zug beenden ich habe noch mein critical blow auf der hand ungern ungern sage ich ich hätte hier noch ein close call mit dem könnte ich entsprechend versuchen das noch mal neu zu würfeln auch echt nur ein schaden es ist halt auch echt nur ein schaden ich glaube ich bin eh tot wenn ich darüber nachdenke ich kann ja gar nicht niemals gleich zweimal blocken ich habe nur eine guard hatte ich auf der hand kann die nicht kaufen hätte mir sprint kaufen müssen damit ich jetzt hätte wegbreiten können drei felder oder so ach hans du bist doch doof bedeutet also wir können zumindest close call noch mal spielen würfeln einen neu vielleicht habe ich ja glück sehr gut das heißt wir machen drei schaden auf hans 123 und kriegen die zeit dafür gut geschrieben und jetzt haben wir noch mal critical blow raus und haben da leider nur ein treffer und das sind aber noch mal drei schaden 123 noch mal eine zeit aber müssen die runde jetzt beenden das heißt hans hat hier auch noch zwei lebens ok was kann ich jetzt kaufen was mir irgendwie den hinteren retten könnte ich glaube gar nichts ich habe acht zeit und aber die blauen karten nicht zur verfügung ich habe ja gleich nicht mal angriffskarten oh no bedeutet also ich brauche mir jetzt eine long rest für 5 nehmen wir diese drei hier äh kaufe mir nochmal nö kaufe mir improvise oder zweimal walk das passt schon so die gehen alle zurück hier close call close call rest critical blow furious strike weak attack improvise retaliate ja jetzt ist er wieder bei mir haut mich zweimal das erste mal hauen sind fünf schaden da spiele ich natürlich in einen grad wenig noch habe so würfel ein erfolg muss noch zwei karten dazu abschmeißen das mache ich auf jeden fall so ignoriere also den gesamten schaden jetzt haut er mich halt noch ein zweites mal für fünf und und 123 und das war es für mich leider zdr gehabt er hat sogar zwei ledigpunkte noch gehabt der sausack aber das wäre glaube ich ne hätte ich jetzt vielleicht nochmal irgendwie long resten können weg laufen können keine ahnung okay damn it ach hans irgendwann irgendwann ne chance naja gut ähm da hat mich der hans mal wieder umgekloppt und daher meine revanche wird kommen seid gespannt und so lange sage ich auch vielen dank für das einschalten ich freue mich über jeden kommentar jeden like jeden ihr wisst alles was man hier so machen kann und dann wünsche ich euch noch einen schönen abend und bis zur nächsten runde macht's gut ciao